Eine Plotfunktion, die man sehr häufig verwendet, obwohl einem das gar nicht so bewusst ist, ist der Parameterplot. In einem normalen Plot stellt man ja zum Beispiel dar, y ist gleich Sinus von x. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Hier hat man die y-Achse, die x-Achse und die Sinusfunktion von 0 bis 2π. Sieht in etwa so aus. Und ich möchte jetzt die Achse mal gar nicht y nennen, sondern y1 und das hier ist dann auch y1. Und auf der y1-Achse ist also der y-Wert dieser Funktion dargestellt, wenn x variiert wird zwischen 0 und eben 2π. Im Parameterplot wird diese x-Achse nicht dargestellt. Also es gibt keine Darstellung des Wertes, der variiert wird zwischen 0 und 2π. Vielmehr hat man noch eine zweite Funktion, y2. Zum Beispiel Cosinus von x. Wenn man auch hier den entsprechenden Plot hat, dann sieht er in etwa so aus. Nicht ganz hier unten, aber von der Idee her ist es schon klar. Und dann hat man auch hier die y2 und hier wieder x. Und auch hier ist es dann so, dass der y-Wert von Cosinus wird hier auf dieser y2-Achse in dem Fall dargestellt. Aber auch hier wird jetzt dann diese x-Achse bzw. der x-Wert nicht dargestellt. Vielmehr nimmt man jetzt die beiden Achsen dieser zwei Funktionen, y1 und y2 und stellt die jeweils auf diesen beiden Achsen dar. Das bedeutet, Sinus ist jetzt zum Beispiel auf der y-Wert von Sinus auf der y-Achse dargestellt und von Cosinus hier auf der y2-Achse. Also sozusagen hätte man hier den Sinus-X-Wert auf der y1-Achse und den Sinus, äh, den Cosinus-X-Wert auf der y2-Achse. Und den Parameter x oder die Variation des Parameter x sieht man nicht, wird natürlich weiterhin variiert, aber nicht dargestellt. Und das möchte ich nochmal etwas besser veranschaulichen hier mit dem Mathematiker-Programm. Dazu zunächst mal der Sinus-Plot x auf dem Intervall von, also die Variable ist x, auf dem Intervall von 0 bis 2 Pi. Und dann stehe ich das da und bekomme hier wieder diese Sinus-Funktion, wie eben schon gezeigt. Jetzt will ich noch den Cosinus darstellen, kopiere ich die Funktion und schreibe hier Cosinus rein. Dann habe ich den Cosinus allerdings auf zwei verschiedenen Diagramme. Ich möchte aber gerne nur ein Diagramm haben. Dazu mache ich Plot eine Liste und schreibe dann hier rein Cosinus von x und kann das weglassen. Dann habe ich ein Diagramm und da ist der Cosinus dargestellt und der Sinus gleichzeitig. Wenn man das vielleicht noch sehen will, könnte ich PlotLegends reinmachen, Expressions, dann sieht man noch in blau Sinus, in orange der Cosinus. Jetzt möchte ich daraus ein Parameter-Plot machen. Und im Grunde genommen habe ich dafür schon alles, denn im Parameter-Plot hat man auch eine Liste und dann hat man einmal für die x-Achse Sinus und für die y-Achse hier Cosinus. Also einmal Sinus, einmal Cosinus für x und für y. Der Befehl heißt aber Parametric-Plot. Und dann kann ich den darstellen und bekomme den hier und dann ist auf der y-Achse einmal Sinus und auf der x-Achse einmal Sinus, auf der y-Achse einmal Cosinus dargestellt oder eben umgekehrt. Und dann als solches bekommt man dann diesen Kreis heraus. Und ich habe hier mal ein Programm gemacht, um es noch ein bisschen genauer darzustellen. Hier kann ich jetzt den x-Wert mal verändern. Wie gesagt, der wird dann nicht mit dargestellt, beziehungsweise hier in dem ersten Plot mit Sinus und Cosinus wird er mit dargestellt. Hier im zweiten ist der Parameter-Plot. Und im Grunde genommen immer dieser Wert, immer der y-Wert hier, ist der, der hier dargestellt wird. Ja, also da kann man dann auch erkennen, dass auf der y-Achse offenbar der Cosinus-Wert dargestellt wird. Denn hierbei x gleich 0 ist Cosinus 1. Also das ist der Cosinus 1-Wert. Und Sinus ist 0, also 0 und 1. Also Sinus ist auf der x-Achse. Dann variiere ich den x-Wert hier. Und je nach x-Wert, der hier auf dem Kreis auch dargestellt wird, kann ich sehen, wo man hier gerade sich befindet. Und das ist der Parameter-Plot. Wie gesagt, der kommt relativ häufig vor. Ein Diagramm dafür ist beispielsweise die Isochrone.